Ich hab grad voll die Bremse gezogen hier. Die läuft echt gut. Ja. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erste Video, erste Fahrt mit der Hure. Die Sache ist so am Freien, ne? Junge. Und die Bremse ist so beschissen, Alter. Willys gehen auf jeden Fall nicht damit. Digga, es ist so komisch, ne? So ein bisschen kann man ja, ne? Wenn ich mich jetzt abpacke, dann war es wenigstens nicht schnell. Alter, die geht ja so easy hoch. Ja, wir haben jetzt alles so ein bisschen verbaut. Da ist Stefan mit der EXC vom Video. Oh,o. Uh, uh. Der mal wieder voll am Abgehen so fast ein cleanerer temat. Uh 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 die geht so scheiße nur hinten ist kacke wie du hat die xlr glaube ich geschliffen ist nicht schlecht also hätte jetzt noch mal ein bisschen mehr sowas von abgestimmt werden wie gesagt wir sind inzwischen und wir haben den kompletten zusammengefuscht werden video gesehen hat wir hatten eben das problem stefan wollten blog aufnehmen mit der und dann ist uns die mutter von der auch wie heißt dingsbums flöten gegangen hier von der barrio und wir hatten halt kein schlagschrauber dabei keine 17 nanos wir konnten nicht festziehen deswegen schwierig und irgendwo da unten soll wohl eine kroschstrecke sein ich habe auch gar keinen vollen tank hat ihr das gehört das war wieder die mutter genauso hat sich das ehemann gehört ich schieb doch mal zurück warte mal ich zeige euch die mal von außen das ist unsere natürlich top gepflegt alles die felgen sind auf jeden fall der schiff zum grundzeit ab einmal da sind der 70 drauf und eine hp c2 kurbelwelle drin natürlich alles schrott teile praktisch der hebber performa 17 halber vergaser mit 80er düse und natürlich der gute faker bogen sportluftfilter der das fahrwerk seht ihr das der reifen federt und nicht das federbein bei dem habe ich immer noch angst die mutter ist schon wieder ab die mutter ist wieder haben die mutter ist wieder ab ja so wir schwingen uns jetzt auf die aerowogs poro junger putt man roh die haha aaaah aaaah uuuh 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 Ich sitze auf ne Aerox mit 80, ich fahre schnell, das ist Absicht Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das Dissam mit Haflitz Guck in die Fernsehhe, Cops, breiter Lenker wie The Rock Alle wach in meinem Blog, nur noch Tuning in meinem Kopf Sitze auf ne Aerox mit 80, ich fahre schnell, das ist Absicht Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das Syspen mit Haftle-Kochirn Die Ferne sehe Kops, Auspuff läuft wie Hard Rock